Buchen Was muss man im Urlaub in Afrika machen? Was muss man im Urlaub in Afrika machen? Meine Studienfreundin lebt jetzt in Australien. Meine Studienfreundin lebt jetzt in Australien. Wie weit weg ist das Meer vom Hotel? Wie weit weg ist das Meer vom Hotel? Ich will herausfinden, ob dieser kleine Parkplatz frei ist. Mein Studienfreund lebt jetzt in Japan. Mein Studienfreund lebt jetzt in Japan. Die Kinder besuchen bald ihren Opa in Nordamerika. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen. Wir reisen nicht nach Venedig, um nichts zu machen.